willkommen zurück ich habe euch ja gesagt das war so dass ich eine ganz kurze pause mache und das let's play zu lang geworden und wie schon gesagt herzlich willkommen zurück weil sie für einen weiteren let's play mit mir euren ob der mit 72 den christian so jetzt geht es jetzt mal weiter runter 141 meter und 40 meter das seht ihr dann mit unten 138 meter ich habe keinen plan die zeit für pläne ist vorbei ich muss wohl improvisieren tja dann improvisier mal obwohl das muss ich ja machen das kann ich überhaupt nicht es ist laut und leise ist er laut ei ei hauweise leute tief geht das loch runter hallo das kann nicht gut sein ich habe also genug zeit wieder rauf zu klettern das kann sich nicht ganz gut machen das kann ich nicht nur dass wird Mein Gott, da müssen wir ruhig schnell wieder hoch. Mein Gott, da müssen wir ruhig schnell wieder hoch. Mein Gott, da müssen wir ruhig schnell wieder hoch. Mein Gott, da müssen wir ruhig schnell wieder hoch. Mein Gott, da müssen wir ruhig schnell wieder hoch. Geh! 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 Das war's für heute. Ach du Scheiße. Das Geräusch kenne ich noch. Das ist doch am Dings hier. Von der Anstalt. Von den komischen Gestalten. Verdammt! Das war der Versorgungsaufzug. Was für eine Teufelei ist das? Das waren die Verscheulichen. Die Geräusche ziehen Sie an. Haltet die Augen offen, Brüder. Ich verhauwärme. Hoffentlich ist das nicht die Schwermot. Ach du Scheiße. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das war ein Schrott zu viel. Ach ja. Duufer tut weh. Oh na gut. Nicht bei mir so ein Beding. So. Das... Das... Jetzt brauch ich nicht reinkommen, da war ja nichts. So, das war der Lagerraum. Verdammt, das war der Versorgungsaufzug. Was für eine Teufelei ist das? Das waren diese Abscheulichkeiten. Die Geräusche ziehen Sie an. Haltet die Augen offen, Brüder. Es wird etwas geschehen, das weiß ich. Ich weiß... Mal gucken, ob das jetzt richtig war. So, muss jetzt hier reingehen. Und... Eine Leuchtbombe. Breitkopf, einmal super. Mehr hat er nicht für mich. Ist ein bisschen schwach, aber Leute. Das ist ja wohl echt ein bisschen schwach. Ein Kühlbeckreich für einen Kaffee. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Attenfutter. Nee, ist dann keiner noch so hoch, oder was? Was soll denn das? So hungrig. Ich muss schlafen. Hä? Hä? War da... grad... Hey! Halt! Stehen bleiben! Ah! Verst uncovered ist auch ein Kleid ... Wie hinter einem rum? Jetzt brauchst du für deinen Unglauben ... Alle Macht der Dimmerung! Füchtest du mich, Feigling? Das solltest du! Du hast Ausstieg! Er hat die Götzen geprüft, doch wir waren standhaft. Wir haben gewonnen. Wie kann das sein? Keine Vergebung! Überwinde deine Feigheit! Ja, komm her. Wenn ich ihn finde... Ich gebe nicht auf. Ja! Hey, hat sich da gerade etwas bewegt? Ich darf nicht bei jeder Bewegung erschrecken. Oh! Was ist mit den Eintauern nicht passiert? Ich weiß nicht, wenn man totstört sie, aber... Der Gestank hier ist widerlich. Verdammt! Mein Kopf bringt mich auf! Ich will mich nicht besonders. Was ist das? Boah! Verflucht. Mir tut alles weh. Warum nur? Na komm! Zeig dich! Komm! Boah! Boah! Sei ein lieber Soldat! Komm! Also! Geh doch! Du siehst mich nicht, du bist blind! Du siehst mich nicht, du bist blind! Das Wetter schlägt um! Oh! Oh! Also! Geh doch! Ich muss jetzt mal gucken, ob wir überhaupt den Code für den Tresor haben. So, da habe ich jetzt nicht. Drei von vier ist bestimmt. Das wird bei... Wo der Code ist. Ich glaube nicht, also 017. Das war ja bei dem einen, bei Hauspflichten. Oh! Könnte aber sein, dass es der vielleicht wieder ist. 8, 8, 9. Mal gucken. war das ja 017! auch nicht da unten und links es war noch eine nummer 66 9 müssen wir mal gucken vielleicht ist es was ich kann es mir nicht eigentlich so großartig vorstellen umgucken auch nicht also haben wir den groter finden nicht oder so gut da vorne Nein, halt. So, ich will noch Wurzuch, den ich gerade ansehen. Aha, da hinten muss ich hin. So, äh. So. Gucken kapitel. Naja, ich werde mal kurz durchgucken und wir sehen uns noch mal im nächsten Let's Play. Wenn es dann wieder heißt, sieh mit euren Wob Devils von 70 in Christian. Ich wünsche euch was, bis dahin. Tschüss.